Und ich kann dich kennenlernen! So was, auf jeden Fall da weiter zu kommen, mit Kameras aufgenommen zu werden und so weiter, was ich nicht geschafft habe. Und jetzt müssen wir eben nachtragen, dass RTL sich gemeldet hat und gesagt hat, nein. Dieses Jahr brauchen wir diesen Typen nicht im Programm. Deswegen, ja, das wollten wir einfach nachtragen. Wir werden nächstes Jahr noch mal hingehen. Ich mache den Hedwig voll. Wäre er auch ein drittes Mal wahrscheinlich abgelehnt. Aber ich werde natürlich noch mal zu tiefer talentieren. Und ob der Honkinator dabei ist, weiß ich nicht. Kann er sich dazu betrössern? Naja, mal schauen! Ich denke, eine Rechnung müssen wir hoffen, allergute Dinge sind drei. Und dann wird man mich da auch nicht mehr sehen. Also, wer mich mal wieder treffen will, ist es ja auf jeden Fall das Casting in Berlin. Das ist ein Termin, wo ich da sein werde. Wir sehen hier gerade noch mal den Promenade hoch. Vielleicht dazu noch kurz was zu sagen? Krasses Teil, aber wir sind ja schon seit gestern hier. Wir haben es jetzt erst geschafft, mal das Ding anzugucken. Ich hätte mir aber fast noch größer gedacht. Du bist so sprachlos. Haben wir noch eine Homepage-Adresse? www.garten-productions.de Damit abschieben wir uns aus Köln. Mein Telefon hat gerade geklingelt, die Heimat ruft an. Machen wir gleich und tschüss, bis dann!